hallo und herzlich willkommen zurück zu lego fortnite aufwerten dorf aufwerten das holz wobei holz dane blanken hoffentlich reichen die ich muss das dorf aufwerten und ich habe irgendwas gekriegt das hier kriegt mir sowieso ne bananen dschungel da tu du haus das aber nett das sieht richtig gut aus hallo du bleibst schön hier und mach mir hier nichts kaputt bleibt er jetzt hier auch du liebe mein vater was ist hier passiert was ist denn hier passiert wenn die katze aus dem haus ist rampelt der colombo alles nieder ja du brauchst dich gar nicht so am boden legen ne mann 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 nicht reiten reicheln aber nix kaputt machen sagte ich die schnüffel schnüffel ja komm her mehr gibt was zum essen es gibt was zum essen sagte ich hier so geht es dir wieder gut ok aber nix kaputt machen okie dokie so was brauche ich jetzt zum auf noch mal planken knochenwurzel ich glaube knochenwurzel habe ich nicht jetzt hier eine höhle in der nähe ich hatte eine gesehen da da müssen wir da mal hin knochenwurzel habe ich ja nicht sachen raus tun so ne holz sollte man immer ein bisschen mitnehmen kann raus eier können zum essen welches hier hinten ist und ja dass das kann noch zu stein wenn da noch platz ist was ist natürlich nicht ist und du mal raus und hier kommt darin wollte es hier drin ja gut 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 essen jaha spricht man vom essen und schon hängt er an rum zu jammern sowas bei euch knochenwurzel rotstein habe ich ein bisschen was blanken und knochenwurzel ok und ich kann ich ja nicht mitnehmen in die höhle ne ja also er macht hier alles kaputt warum ja guck mal wie er sich schämt wie er sich schämt sei lieb so höhle war das in die richtung ja hier so lang über den weg und dann haben wir es da gibt es knochenwurzel folgt er mir tatsächlich ja komm mit braver und äh federn vom huhn brauche ich nicht so wie war das jetzt über den weg er sollte gleich irgendwo ein weg auftauchen hier ist er und dann müsste hier gleich die höhle sein da oben ist das die höhle das eine höhle ja das ist die höhle jetzt nur noch wie hinkommen wo ist er ja aber was war schnupperst ok gut kamerad wir müssen jetzt zur höhle hier gegner aber warum ist die denn so weit oben komm ich da hoch wow hat funktioniert kann ich das kaputt schlagen ja tun wir leid warte da unten kann ich dem was trocken äh fallen lassen ins inventar ja ich kann es jetzt schlecht teilen oder warte mal richtig teilen aufteilen aufteilen drei ne die drei will ich runterwerfen wo bist du ja hier oben ist der papa warte dann gibt es nichts kopf schütteln ähm warte nein so da bären 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 hinter dir ja er schnüffelt wer nicht will wer nicht will der will nicht auch nie wie wie macht man denn diese wie macht man die acht da warte mal was brauche ich dafür eine ungetümschuppe eine ungetümschuppe ja genau und die habe ich zu hause kommst du mit wir müssen noch mal nach hause gehen ach man das ist ja voll gemein wo bleibt er aha er kommt auf touren langsam kommt er auf touren irgendwas zum klauen ah alarm lankenessenz käse ok sakt so das war es aber hier ne hier hinter es sind nur die betten ja schnüffel 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 der teleportiert sich nicht nach schon schade schon schade schnüffel schnüffel ungetüm ne immer falsch so da ist das ding nein nein leicht verwirrt und hierhin holz rennen bisschen holz nehme ich mit ist schon wieder voll die erde kann raus oder die muss ich ja so ausziehen wäre ich habe hier gar keine kein lagerfeuer gebaut ja dino kommando ein lagerfeuer gebaut das will ich jetzt gleich nachholen der kann weg das kommt zum essen du kannst was das geröstete banane kann ich ja auch essen so das kann weg alles gut nein falsches zelt nein hier hinter ist es ist okay aber die geröstete banane geht da nicht mehr mit ja kommen die essig unterwegs was war hier was man hier fernkampfwaffe ausdenken ich erstmal eine banane das gibt jetzt echt nicht viel dein ernst colombo schon wieder weg oder das ist kein volksamer hund und auf der karte sehe ich den nicht oder ich kann den doch nicht immer mitnehmen wo war eigentlich hier wo hatte ich den gezähmt war doch auch hier in der nähe da hinten düster wiederum okay nein ich will nicht nur da da ist ja wieder wild aber wo wild soll man den wild machen er wird gar nicht wild jetzt ist er wild was passiert wenn ich den kaputt schlage macht mir gar keinen schaden also nicht viel aber wir müssen ein böses hundchen wenn du nicht mit nach hause kommst dann musst du halt raus lernen was wird jetzt aus ihm gesagt okay ich hoffe er kommt wieder ansonsten habe ich ein problem warte mal hier ist noch so ein ding die kühe habe ich auch noch nicht ja gut eben auch nichts anderes als melch ich hoffe dieser colombo kommt noch mal wir werden es dann sehen das sind die komischen schafe hier ist das colombo wurde so wo war jetzt dieser öffnungsmaschern das muss das passiert war es merkt auf jetzt können wir hier rein wo kommen sie denn her die brauche ich falls ich noch mal eine höhe öffnen muss runter bärchen ich bin schon wieder voll unfassbar wo ist denn hier eigentlich der höhlen ausgang da was ist das so wir führen mal ein paar sachen raus kann weg das kann weg das kann weg die können weg was brauche ich knochenwurzeln ich bin schon wieder geröstete bananen so ich sehe hier keine knochenwurzeln ich sehe hier keine knochenwurzeln ein apple war es das wegen dem einen ungetüm bin ich hier rein oder was er muss es doch noch irgendwie weitergehen hier ist nix was ist denn das für eine höhle geht es hier echt nicht weiter hinter dem wasserfall hinter dem wasserfall geht es nicht weiter ein neuer tag hier gibt es gar nix keine knochenwurzeln kein nix ist doch beschiss super ne echt klasse hier sieht so aus als gäbe es einen weg na gut karte gibt es ja hier nicht dann geht es hier hoch und hier ist ein leerer raum ein komplett leerer raum ach leute da gibt es ah ok und gold kommt mal vielleicht oben lang weiter ok wir testen das ein bauteile treibis ähm ne ich glaube da war es nicht so jetzt hier oben weiter na so Nein. Nein. Vielleicht baue ich von hier aus. Ich habe kein Holz mehr. Nicht dein Ernst. Hat sich eine Spinne drunter gewesen. War ja klar. Ich bin da irgendwo Holz. Was ist das denn eigentlich? Normaler Granit. Der sieht aber irgendwie schwarz aus. Wie ist das? Ich haue jetzt das Ding da oben weg. Der Winkel ist ungünstig. Wo will er hin? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das darf auch nicht wahr sein. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Geht das hier oben weiter. Möglicherweise, aber hier kann ich nichts mehr ranpacken, ne? Richtig kaputt schlagen. Ich will doch nur... Wenn ich jetzt da rangehe. Ah, das hat funktioniert. Okay. Komme ich nicht hier irgendwie hoch? Warte. Nein! Kommt da nicht hin. Aber da sind doch noch Materialien. Da muss man doch irgendwie hinkommen können. Vielleicht doch von unten bauen? Warte mal. So. Und nun gleich von hier an. Das darf halt nur nicht am Wasserfall sein, ne? Nein. Warum? Das ist doch irre. So. Wenn ich hier oben guck, da ist doch noch golden alles. Da muss man doch irgendwie hinkommen. Unfassbar. Ja. Geh nochmal einen nach hinten. Oh ne, das machen wir morgen. Morgen. Heute bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns wie gesagt morgen. Bis dahin gehabt euch gut und tschüss. schafarieren euch gleich ein und sch causieren. Und dann sehen wir uns. Das devoeln, wenn wir jetzt foreigners suchen und wir machen,